Nun, angesichts der Gelder und der Zeitskalen, die notwendig sind für die Fusionsforschung, muss man sich natürlich trotzdem fragen, lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Was ist das Versprechen der Fusionsforschung im konkreten Fall? Und das möchte ich jetzt zum Schluss der Vorlesung noch ein bisschen erläutern. Und da möchte ich darüber reden, was für Vorteile die Fusion hat gegenüber anderen Energiequellen. Nun, es beginnt mit dem Brennstoff. Die Wasserstoffisotope, von denen ich gesprochen habe, sind im Prinzip in sehr großer Menge natürlich vorhanden. Das Deuterium zum Beispiel im Meerwasser, sodass wir es für viele Millionen Jahre benutzen könnten, um damit unseren Energiehunger zu decken in der Menschheit. Das Tritium, das selber radioaktiv ist, aber mit einer kurzen Halbwertszeit von nur 12 Jahren, muss erbrütet werden aus Lithium. Lithium aber als Element ist in der Erdkruste ebenfalls in ausreichendem Maße vorhanden. Und wir reden hier über eine Versorgung, Zeitskalen viele hunderttausend bis eine Million Jahre, sodass man zwar nicht vollständig von einer rezyklierenden Versorgung reden kann, aber von Zeitskalen, die so lang sind, dass sie sicher als nachhaltige Energieversorgung zu bezeichnen ist. Ein weiterer Vorteil an diesen Brennstoffen ist, dass sie auch geografisch sehr homogen verteilt sind. Das heißt, es gibt nicht eine Region, die jetzt ein großes Lithium-Vorkommen hat zum Beispiel und die anderen Regionen, die davon abhängig würden geografisch, dass man an dieser Stelle gerade besonders viel vom wertvollen Fusionsbrennstoff fördern kann. Nun, ich habe schon vorher erwähnt, dass das Tritium radioaktiv ist. Das Tritium befindet sich aber nur im inneren, im allerinnersten Kern der Maschine und kann von dort nicht entweichen. Und ein großer Vorteil eines solchen Fusionsofens ist, dass er immer nur Brennstoff für drei bis fünf Sekunden in seinem Gefäß hat. Es gibt also kein unkontrolliertes Durchgehen. Wenn irgendwas schiefläuft in der Technik, dann schaltet sich die Maschine von selbst ab. Das Fusionsfeuer kommt auf dieser Fünf-Sekunden-Zahler-Skala zum Erliegen und erlischt, ohne dass dabei die Hülle beschädigt werden könnte. Ein Durchgehen von der Art GAU eines Kernspaltungsreaktors ist bei der Fusion nicht möglich. Die radioaktiven Abfälle, die erzeugt werden, ich hatte von den Neutronen gesprochen, die aktivieren das Wandmaterial, könnten natürlich ein Problem sein. Und tatsächlich wird ein solcher Fusionsreaktor ebenfalls radioaktive Abfälle erzeugen. Ein sehr großer Vorteil der Fusion gegenüber der Spaltung ist aber, dass diese radioaktiven Abfälle eine Lebensdauer von mehreren zehn Jahren, nicht aber mehreren tausend Jahren haben. Wenn Sie also daran denken, dass Sie die Abfälle lagern müssten, bevor Sie sie wieder verwenden können, dann reden wir von Lagern über vielleicht einen Zeitraum von hundert Jahren, nicht aber tausende von Jahren. Ein Endlagerproblem, so wie man es bei der Spaltung hat, würde es mit der Fusion nicht geben. Sie können das sehen aus dieser Grafik hier. Was hier gezeigt ist, ist die Aktivität, also ein Maß dafür, wie groß die radioaktive Strahlung ist, die aus den Überresten eines Fusionsreaktors herauskommt. Und das ist unten die Zeit aufgetragen. Und Sie sehen für verschiedene Annahmen von Materialien, wie diese Kurven abklingen. Mit Materialien, die wir bereits heute verfügbar haben, sehen Sie, dass auf der Zeitskala einiger zehn bis hundert Jahre diese Kurve sehr stark abklingt und hier unten auf einen Wert fällt, der so niedrig ist, dass man das Material wiederverwenden kann und dass es keinerlei Belastung für die Menschheit mehr darstellt. Und Sie sehen noch dazu, wenn wir ein bisschen träumen und uns Keramikmaterialien vorstellen, die wir heute noch nicht in der Hand haben, aber entwickeln wollen, dann könnte diese Kurve, so wie diese Orangenkurve hier, noch deutlich günstiger ablaufen und wir könnten bereits nach einigen Jahren in einen Zustand kommen, wo wir das Material recyceln und wiederverwerten können. Insofern ist die Umweltbelastung aufgrund der Radioaktivität zwar vorhanden, aber deutlich geringer als bei der herkömmlichen Kernkraft, bei der Kernspaltung. Ein weiterer positiver Aspekt ist natürlich, dass Sie beim Verbrennen von Wasserstoff zu Helium keine klimarelevanten Gase, kein CO2 erzeugen. Das heißt, ein Problem in der Atmosphäre erzeugen wir mit dieser Art der Energiegewinnung nicht. Sie sehen also, dass es sich durchaus lohnt, an der Kernfusion zu arbeiten. Es ist ein sehr spannendes Gebiet. Für mich als Physiker steht die Wissenschaft tagtäglich und die Physik im Mittelpunkt und wir finden Dinge heraus über Zustände der Materie bei diesen Temperaturen, die wir vorher noch nicht gewusst haben, die sehr, sehr interessant sind. Aber das langfristige Ziel, hier bei der Energieversorgung einen großen Anteil zu stellen, das sollte man immer vor Augen haben und dafür lohnt es sich auch wirklich, diese Forschung fortzusetzen und zu fördern. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass in der Zukunft Energieträger wie Windenergie oder Solarenergie einen großen Anteil in unserem Energiemix haben. Allerdings sind diese stochastisch. Das heißt, mal scheint die Sonne und mal scheint sie nicht und die Energieproduktion aus Solarzellen geht deshalb rauf und runter. Sie werden immer einen Energieträger brauchen, der die sogenannte Grundlast abdeckt, der dieses ausregelt und in einer großen Einheit Energie bereitstellt. Dafür ist die Kernfusion eine der wenigen Alternativen, die wir haben. Sodass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass wir vielleicht 2050 eine Generation hätten, die dann sieht, dass wir die Sonne tatsächlich auf Erden geholt haben und uns dort nutzbar machen. Ein für mich sehr erfreulicher Aspekt an der Kernfusionsforschung ist, dass hier tatsächlich die Länder übergreifend zusammenarbeiten. Ich hatte ihnen die Partner genannt, die bei ITER zusammenarbeiten. Tatsächlich stehen wir im ständigen Kontakt mit Kollegen aus dem Ausland, tauschen uns aus und haben alle das Ziel, ein bisschen globaler die Energieversorgung für unser Raumschiff Erde für die Zukunft zu sichern. Und das ist sicher auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe und es ist schön zu sehen, dass da was wächst, was von mehreren Partnern getragen wird und vielleicht auch als Modell für die Zukunft gelten könnte.